Ich bin ja auch hier gar nicht gewohnt, dass einer mit Schulabstoß hier reinkommt. Kollege Pocher, was haltet ihr von dem? Ich glaube, dass er ein wirklich guter Mensch ist. Ich kann nur nicht leiden, was sein Beruf ist. Ich finde, dass er das nicht gut macht. Klar, mach doch noch einen Dönerwitz, wenn es um Gültan geht. Leute erst mal sagen, ja, das bitte nicht machen. Dann ist für mich erst mal die Frage, warum eigentlich nicht? Das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, seit 25 Jahren hier noch stehe. Das ist auch der Grund, warum Leute Sachen von mir blöd finden, also weil ich mich polarisiere. How much is the fish? Da wurde dann ja auch Acts gehabt, die ja gar nicht selber gesungen haben, was du natürlich wusstest und es hieß, bitte nicht live singen lassen. Und das habe ich ja gerne auch mal auflaufen lassen. Ich habe mich nie als moralische Instanz gesehen. Klar, irgendwie gibt es ganz normale Regeln, an die wir uns halten sollten, aber das war nie meine Aufgabe, irgendwie der Gutmensch zu sein. Das können Joko und Klaas gerne machen.